Hallo hier ist LIA 2004 mit einem neuen Video. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Ich glaube, dass der FC Bayern München ein großes Problem hat. Wir können ja mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen direkt und da sehen wir Platz 1 ist der FC Bayern München, Platz 2 ist der BVB und Platz 3 ist Union Berlin. Gucken wir auf die Punkte, sehen wir, dass alle 43 Punkte haben. Was ist jetzt das große Problem, fragt ihr euch? Der FC Bayern München spielt Sonntagabend gegen Union Berlin. Und wir wissen ja aus dem letzten Spiel, dass ein Spieler beim FC Bayern München fehlen wird wegen einer Rotsperre, Daio Upamecano. Ihr sagt euch jetzt vielleicht, okay, Upamecano fehlt, es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, es ist deutlich schlimmer als alle denken, weil Upamecano für mich aktuell der beste Spieler beim FC Bayern München ist. Und das macht diese Situation so knifflig. Nach der WM sind viele Spieler noch so ein bisschen nicht ganz wach. Einige haben ins Mosella ein bisschen zu alter Form gefunden. Kimmich wird auch, kommt wieder besser rein. Allerdings finde ich, dass man bei vielen Spielern einfach merkt, die sind nicht so gut wie vor der WM. Aber Upamecano ist besser. Ich wüsste nicht, wer momentan besser spielt als Daio Upamecano. Klar, das Ding gegen Gladbach war übel, aber ich würde da nach wie vor behaupten, das war nicht seine Schuld. Es war keine rote Karte. Und abgesehen davon wüsste ich nicht, wer momentan besser ist. Cancelo spielt sehr, sehr stark, aber der hätte für mich einfach insgesamt zu wenig Spiele gemacht, um ihn da jetzt schon in diese Top-Kategorie reinzubringen. Da weil man einfach noch nicht so weiß, was wirklich sein volles Potenzial ist, wie er das entfalten kann. Jetzt fehlt aber Daio Upamecano. Und wir haben ein großes Problem. Wir spielen jetzt ja in den letzten Wochen immer wieder mit einer Dreierkette. Das heißt, wir haben oft gespielt linker Verteidiger, linker Innenverteidiger sozusagen, Matthijs de Ligt. In Zentrum Daio Upamecano und rechts dann Benjamin Pavard. Jetzt haben wir ein Problem, weil eben genau Daio Upamecano, dieser wichtige Verteidiger, in diesem wichtigen Spiel gegen Union Berlin, in dem es halt auch einfach wirklich um die Tabellenführung geht, fehlen wird. Und ich weiß, das Spiel ist bis Sonntag, es dauert noch ein bisschen, aber die Frage ist natürlich, wie ersetzt man den? Wir haben im letzten Spiel Daily Blind von Anfang an gesehen, da war ich überhaupt kein Fan von, muss ich sagen. Ich fand ihn sehr, sehr schwach. Auf dem Platz hat mir gar nicht gefallen, wie er sowohl offensiv irgendwie da das Spiel aufgebaut hat, als auch sein Abwehrverhalten in der Defensive. Dann haben wir natürlich gesetzt, sind jetzt Pavard und Matthijs de Ligt, die beiden zusammen. Aber irgendwie brauchen wir noch einen Verteidiger. Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann jetzt umstellen wird von diesem Spiel gegen Union Berlin, so dass wir eben vielleicht wieder eine Viererkette spielen, wo man links Davis hätte und rechts dann Joe Cancel. Und dann würde es total funktionieren mit Pavard und Matthijs de Ligt zusammen in der Innenverteidigung. Aber in diesem Dreierketten-System sehe ich da wirklich schwarz, habe ich gar kein gutes Gefühl, weil Upamecano jetzt fehlt. Wir haben Glück, dass Upamecano halt wirklich nur für dieses eine Spiel gesperrt ist. Die Sperre ist nur gegen Union Berlin, danach darf er wieder in der Bundesliga antreten. Zum Glück ist es eben wirklich Best-Case-Szenario, eben nur ein Spiel. Auch wenn es jetzt dieses Topspiel ist und der FC Bayern da definitiv ein Problem hat, bin ich sehr gespannt, wie das Ding gelöst wird. Ich denke mal, Julian Nagelsmann hat die Klasse, auch wenn er durchaus jetzt sehr viel in der Kritik steht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann definitiv die Klasse hat, da die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Das erfahren wir dann am Ende der Woche, wenn dann die Pressekonferenz ansteht. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Meint ihr, Upamecano ist momentan der beste Spieler beim FC Bayern München? Wenn ja, warum? Wenn nein, auch gerne warum? Wieso nicht? Und dann natürlich auch dazu noch, wen ihr denn als den besten Spieler beim FC Bayern seht. Weil komme es, was es wolle. Ich sehe momentan keinen, der besser ist als der Upamecano. Formstärker und natürlich kann man die Position teilweise nicht so gut vergleichen. Aber ich finde, Upamecano macht momentan wirklich einen Bombenjob und ist der beste Spieler im Kader. Das war es auch schon von diesem kleinen Video, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sind heute Abend auf jeden Fall live. Wenn ihr das hier noch am Dienstag seht, ich weiß noch nicht, ob es Konferenz ist, ein Spiel oder zwei Spiele. Welches Spiel werden wir noch eins machen? Aber ich bin auf jeden Fall live ab 20 Uhr. Deswegen treibt euch das in den Kalender ein. Die Seite kommt auch gleich online. Haut rein. Ciao, ciao.